herzlich willkommen zu diesem youtube video heute zeige ich euch das neue apple macbook pro 13 zoll mit retina display das liegt hier vor mir das ist ja quasi die kleine variante des im juni vorgestellten 15 zoll macbook pro mit retina display wurde jetzt am apple event wo apple das ipad mini vorgestellt hat vor zwei wochen wurde dieses gerät hier vorgestellt und ich zeige euch das in einem kleinen hands-on und vergleiche es auch gleich noch mit dem macbook air 13 zoll weil eigentlich die beiden geräte ganz verwandt sind ein vorgänger 13 zoll macbook pro ohne retina display habe ich nicht aber das gibt es immer noch zu kaufen wer zum beispiel wert legt auf ein dvd laufwerk der dem nützt dieses neue macbook pro nicht allzu viel weil ihr werdet es gleich sehen wir uns das mal anschauen es ist wunderschön flach überhaupt ein ganz klasse design wieder mal von apple aber es hat natürlich kein optisches laufwerk mehr was mich überhaupt nicht stört ich habe die dinge seit jahren nicht mehr gebraucht aber es gibt vielleicht noch den ein oder anderen der das haben möchte also schauen wir mal wir haben hier auf der linken seite zuerst den mac safe 2 anschluss dann haben wir zweimal thunderbolt dann usb 3 dann ein kombinierter mikrofon und headset jack dann haben wir hier zwei mikrofone eingebaut vorne ist nix und auf der seite hier haben wir auf der rechten seite haben wir den sd card slot hdmi mini hdmi und noch mal usb 3 also ihr seht schon mal das ist ganz klar ein macbook pro welches natürlich mehr anschlüsse besitzt als zum beispiel hier eben das macbook air welches das ist das 2012 modell also auch von diesem jahr hat natürlich auch den mac safe 2 anschluss ein usb 3 headset dann gar nichts mehr und auf dieser seite hier haben wir den sd card slot und noch mal usb 3 und thunderbolt so den thunderbolt anschluss den kann man ja für allerlei brauchen nicht nur speicher hard disks oder so sondern natürlich auch ein monitor kann man darüber anschließen was eben beim macbook pro retina 13 zoll bedeutet dass ich mir hier einerseits kann ich hier ein monitor anschließen andererseits natürlich auch beim hdmi slot auf dieser seite also ich kann eigentlich zwei monitore anschließen so das ganze ist 1,6 kilo schwer und ist eigentlich nur unwesentlich schwerer als das macbook air ich war selber erstaunt das macbook air in der ausführung wie ich es hier habe das ist jeweilig von beiden modellen die top ausführung mit intel core i7 prozessor dieses hier das macbook air ist ungefähr 1,3 kilo also ungefähr 300 gramm schwerer das macbook pro und ich muss aber sagen es ist dafür auch ein bisschen bisschen kompakter wenn wir die beiden jetzt mal so aufeinander legen ich gucke mal dass das hier ungefähr stimmt dann werdet ihr natürlich sehen dass das macbook air ein bisschen größer ist also es ein bisschen breiter ist ein bisschen tiefer ist ein bisschen flacher aber das fällt nicht so wahnsinnig auf natürlich vorne ist es ist ja so vorne noch flacher zu laufen wohingegen das macbook pro überall gleich dick ist aber ihr seht also der unterschied ist wirklich marginal und wenn man dann eben bedenkt dass das macbook pro 13 zoll noch so ein bisschen kompakter ist weil es einfach ja ein bisschen weniger breit ist dann muss ich sagen ist es eigentlich in meinen augen ich habe es erst seit vier tagen aber genauso portable wie das retina macbook air das ist er quatsch was erzähle ich retina eben nicht das ist macbook air hat natürlich kein retina display wird wahrscheinlich so schnell auch nicht kriegen weil das teure dran ist eben genau dieses retina display und die macbook erst die sind ja schon noch eine ganze ecke günstiger als die macbook pros wenn ihr zb das macbook pro hier das 13 zoll mit retina und das ohne retina vergleichen dann sind das ungefähr 600 schweizer franken also ungefähr 500 euro unterschied ja diese 500 euro sind halt eben dem display geschuldet also genau die gleiche konfiguration beim macbook pro 13 zoll ohne retina kostet ungefähr 500 euro weniger als dieses hier mit retina und das ist auch der grund warum ich persönlich nicht davon ausgehe dass wir sehr schnell in nächster zeit ein macbook air mit retina display sehen werden das ist einfach rein preislich gesehen das macbook air spielt ja noch eine liga tiefer als das macbook pro ist dementsprechend noch deutlich günstiger und ja das wäre mit einem retina display nicht zu machen ist aber in dem sind auch nicht nötig weil eben wie gesagt dieses 13 zoll macbook pro mit retina display eigentlich von der portabilität her praktisch vergleichbar ist wie das andere wie das macbook air für mich ich werde auch wechseln also ich habe hier dieses dieses macbook air das verkaufe ich wieder obwohl es noch erst zwei monate alt ist und werde hier wechseln auf das retina macbook pro weil ihr seht ich habe da noch die sogar es ist ganz neu noch so weil das halt eben wie gesagt ist es halt ein retina display und das retina display ist wirklich cool meiner meinung nach so müssten eben so müssen screens in zukunft sein das ist für mich die zukunft des displays ich habe das schon beim 15 zoll macbook pro retina gesagt so ich logge mich da mal kurz ein und dann soll ich nehme das da mal weg hier sollte ich mein passwort sehen welches natürlich dann auch wieder wechseln könnte aber anyway so hier ist es ich weiß nicht so genau ob man das so gut sieht aber ich starte auch das macbook er gleich noch mal so machen inzwischen sind ja die allermeisten programme schon retina optimiert also das heißt wir haben zum beispiel den chrome browser der mein standard browser ist wir haben diverse andere tools die inzwischen auch in retina auflösung vorliegen täglich kommen neue dazu das sieht man dann jeweilend in den updates also von dem her kann man jetzt eigentlich sagen es gibt nicht mehr allzu viel software die nicht sauber darauf läuft oder wo das ganze so ein bisschen verschmiert aussieht wie das am anfang der fall war beim 15 zoll macbook pro mit retina display als das rauskam war natürlich die meiste software noch nicht angepasst auch webseiten das da zum teil eher bescheiden aus aber das ist inzwischen dieses problem ist inzwischen eigentlich kein problem mehr so jetzt mache ich das gleiche noch mal hier ich logge mich ja auch noch mal ein und zwar da können wir nämlich da so ein bisschen vergleichen also ich lege das mal darüber da muss man nicht allzu viel davon sehen so was ich euch zeigen will eigentlich ist einfach vielleicht zuerst mal natürlich die konfiguration itself was habe ich mir hier geholt ich hole euch das ein bisschen näher machen das mal so zu mir vielleicht noch mal rein schnell auf ein screen auf monitor also jetzt habt ihr hier schön das display also ich habe die version mit 2,9 gigahertz intel core i7 also das top modell dieser intel core i7 den gibt es ja auch im macbook air der unterschied ist aber eben der dass im macbook air das natürlich eine ulv version ist eine ultra low voltage version die nur bis 2 gigahertz taktet und die auch sonst ein bisschen schreit schmalbrüstiger ist das heißt vom power her habe ich hier auf dem macbook pro 13 zoll retina ein bisschen mehr power sind aber beides dual core prozessoren sowohl hier im im 13 zoll macbook air wie eben auch im macbook pro das macbook pro halt kein ultra low voltage das heißt wir haben da ein bisschen mehr power beide kommen mit integrierter grafik die intel hd 4000er grafik das heißt also auch hier das macbook pro 13 zoll mit retina display hat keinen dedizierten grafikchip mehr das 15 zoll modell hat das ja noch da ist eine eigene nvidia grafikkarte die eigentlich dafür verantwortlich ist hier ist nur in anführungszeichen die eingebaute intel grafik die aber eigentlich problemlos damit zurechtkommt hat mich selber auch ein bisschen erstaunt eigentlich so jetzt seht ihr hier was wir da so haben und natürlich hier dieser screen 13 zoll 2560 mal 1600 das ist eben typisches retina display viermal mehr pixel als es vorher der fall war wir hatten ja vorher haben wir eine 12 80er mal 800er auflösung und das hier ist jetzt eben das doppelte das heißt vierfach mehr pixel wir können das übrigens vielleicht mal ganz kurz ich zeige euch das mal wenn wir jetzt hier zum beispiel so auf der seite ist gar nicht so einfach so weit hier auf den monitor klicken dann kann ich ja hier jetzt quasi einstellen wie ich das gerne haben möchte optimiert für retina display heißt nichts anderes als ich habe so viel platz wie ich vorher bei den 12 80 800 hatte aber halt eben im unterschied dass es alles viermal mehr pixel sind dadurch ist es massiv schärfer ich kann das aber auch ändern ich kann hier auf skaliert gehen und kann zum beispiel sagen hier mehr fläche und dann seht ihr dann wird das ganze hoch skaliert dass dieses mehr fläche das entspricht jetzt einer 1600 1600er auflösung die natürlich mit diesen 2560 jetzt quasi dargestellt wird ist dann nicht ganz so scharf aber funktioniert eigentlich auch hervorragend es gibt auch tools die das quasi frei wählbar machen da könnte man zum beispiel die native auflösung also diese 2560 auflösung mal 1600 anzeigen lassen aber das bringt natürlich nichts sieht man überhaupt nichts drauf ich glaube das ist auch ein fehler der gern gemacht wird wenn ich höre von leuten die sagen ja 13 zoll display mit so einer hohen auflösung da sehe ich ja nichts apple benutzt ja diese hohe display anzahl das ist ja wie beim ipad oder beim iphone ja nicht dazu um das ganze kleiner zu machen sondern eigentlich ich sehe genau gleich viel wie vorher aber halt in einer schöneren auflösung weil ich viermal mehr pixel zur verfügung habe das ist eigentlich die idee des retina displays da geht es also nicht darum dass die schrift so klein wird dass man sie nicht mehr lesen kann so das ist übrigens auch der unterschied der erste der auffällt ich habe hier eigentlich vom platz her wir machen mal zum beispiel den safari browser auf und gehen mal auf eifrig.ch schauen uns die seite mal an dass ihr so seht okay was sehe ich denn hier ja nicht so allzu viel und wenn ich das ganze jetzt hier beim macbook air mache dann wird uns auffallen dass ich da ein bisschen mehr was sehe weil nämlich das macbook air hat ja eine auflösung von 1400 so also jetzt müssen wir da vielleicht noch mal kurz das wireless LAN aktivieren bevor wir da auf eifrig.ch gehen können aber ich zeige euch in der zeit mal hier was so wenn ich jetzt hier auf monitore gehe ich halte das mal einfach so ganz frech in die kamera so skaliert da seht ihr 1440 x 900 das ist die auflösung die das display des macbook air 13 zoll hergibt das heißt natürlich ich sehe ein bisschen mehr als beim macbook pro mit retina display dem 13 zoll weil das eben ja nur eine 1280er auflösung ist die quasi mit vierfacher pixel dichte dargestellt wird so das ist aber eigentlich nicht so wahnsinnig schlimm beziehungsweise ist eigentlich kein problem man kann es ja auch wechseln ich habe euch das vorhin hier gezeigt man kann die den display ausschnitt quasi wählen demzufolge ja geht das eben schon so jetzt mache ich hier noch mal eifrig einfach dass ihr das mal seht so ich schiebe das einfach ganz frech in den screen also ihr seht ein bisschen mehr sieht man da als man das hier sieht also das bild hier das kommt noch gar nicht da muss ich ein bisschen runter scrollen bevor ich dann eben hier da sehe ich schon was und wenn ich dann da runter scrollen sehe ich ein bisschen mehr aber wie gesagt das kann man natürlich alles ändern das ist in dem sind ja überhaupt kein problem wer wirklich mal mehr platz braucht der kann das auch einstellen oder erholt sich ein tool da gibt es freeware für osx wo man dann die auflösung frei wählen kann da kann man sich dann irgendwas hier einstellen aber die retina display auflösung das heißt diese super scharfe auflösung die habe ich natürlich nur mit diesen 1280 mal 800 weil das eben dann entsprechend so dargestellt wird so ansonsten was kann ich euch in diesem kurzen hands-on sagen es ist sau schnell und das meine ich also wirklich so wir können uns zum beispiel mal den geekbench angucken wir lassen noch thema am besten einfach laufen 64 sinnigerweise ist natürlich in 64 chip und ich mache genau das gleiche hier drüben beim macbook air das eben wie gesagt auch ich habe das ausgerüstet mit 8 gigabyte speicher und dem intel core 7 also das ist eigentlich auch das top modell dass man sich im online store zusammenstellen kann so wir lassen das jetzt beides mal laufen und dann gucken wir uns nachher mal an wie sich die beiden geräte verhalten sie sind ähnlich schnell so viel kann ich euch schon sagen dass hier das neue das retina macbook pro ist ein bisschen schneller als das macbook air dort drüben aber das ist jetzt nicht extrem signifikant also ich sag mal wenn es nur um den power geht deshalb muss man nicht den zusatzpreis zahlen den man für dieses macbook air hier zahlt also da würde dann ein macbook air zum beispiel das 13 zoll auch reichen da muss es nicht das pro sein das pro kauft man ganz klar wenn man ein retina display haben möchte und eben trotzdem noch die portabilität eines 13 zoll gerätes das mit 1,6 kilo ja schon fast ein sub notebook ist also das ist eben immer noch sehr sehr leicht das ist ja eigentlich fast ein ultra book wenn man so in die windows welt guckt da gibt es einige die so um 1,6 oder 1,9 kilo schwer sind das hier ist wie gesagt 1,6 kilo schwer und also ihr seht 8402 punkte die aufschlüsselung seht ihr hier drüben das könnt ihr übrigens auch noch bei mir auf eifrig.seher dann anschauen so und jetzt ist der andere hier das macbook air 13 zoll auch noch zu ende und da seht ihr 6652 punkte also ist schon doch deutlich weniger also ihr seht hier da kann man ungefähr sagen 30 40 prozent schneller ist das macbook pro mit retina display und nämlich sogar auch in der grafik performance ist es schneidet es eigentlich recht gut ab was doch einigermaßen erstaunlich ist da ja viermal mehr pixel rendern muss als das zum beispiel das macbook air dort drüben machen muss also da hat apple eigentlich einen guten job gemacht ich gebe zu ich war am anfang skeptisch ich habe mein großes retina macbook pro noch das 15 zoll werde das vielleicht dann verkaufen mal schauen wie sich jetzt das kleine hier schlägt weil ich dachte eigentlich beim kleinen ja das ist perfekt eben super portabel ich schreibe eigentlich mache fast alles bisher auf dem macbook air werde jetzt in zukunft auf dieses kleine macbook pro wechseln und hatte aber so meine bedenken ob denn der intel hd 4000 chips hat der eingebaute grafik chips hat ob denn der damit überhaupt zurecht kommt mit diesen mit dieser pixel menge aber ich kann euch jetzt nach wenigen tagen sagen okay ich bin kein hardcore gamer ich habe kein diablo 3 drauf gespielt aber ansonsten photoshop sonstige programme audio bearbeitung und so weiter und natürlich bloggen mit dem browser und so weiter und so gängige im e mail twitter etc und das läuft alles super schnell das ist wirklich super schnell das macbook pro 13 zoll kommt natürlich auch habe ich vorhin gesagt kommt natürlich nur mit einer ssd ich habe jetzt hier die 256er variante man kann es im online store auch noch aufbohren bis 768 gigabyte ist dann aber kostet dann aber fluppige 1000 schweizer franken zusätzlich also ist natürlich sau teuer wenn man das von apple machen lässt aber das macbook pro hat dieses hier das 13 zoll modell hat natürlich genau das gleiche design wie das 15 zoll modell und das heißt es ist extrem wartungsunfreundlich ifixit.com hat das ja auch schon auseinander genommen hat gesagt wunderschön gebaut aber wie gesagt man kann eigentlich gar nichts man kann weder den speicher nach aufrüsten noch die ssd tauschen noch sonst irgendwas machen das ist alles extrem verbaut hier extrem flach ihr seht das ja es ist eben ein kleines gerät also das heißt man muss sich wenn man sieht wenn man das kauft muss man sich gleich am anfang entscheiden welche größe welcher prozessor vor allem wie viel speicher man haben möchte es gibt es nur mit 8 gigabyte ram da gibt es nichts da kann man nicht auf 16 hoch oder oder weniger das ist einfach mit 8 aber bei der ssd kann man quasi noch was machen ansonsten kann man eigentlich nur den intel prozessor ob corey 5 oder corey 7 und dann eben wie gesagt die ssd die zwei dinge kann man im apple online store zusammen rechnen lassen zusammen konfigurieren alles andere ist fix out of the box da kann man eigentlich nichts daran ändern ja abschließend das fazit dieses kleinen handsons das ist für mich im moment das beste apple notebook ganz klarer fall also es ist ein ganz ganz hervorragendes gerät es ist super schnell es ist sehr leicht es ist sehr portable ich kann das problemlos überall hin mitnehmen es ist super robust mir gefällt persönlich der formfaktor besser als vom macbook air mit seiner abgeflachten hinten höher als vorne ich finde diese art hier besser ist aber natürlich eine persönliche geschmackssache es ist auch ein bisschen kleiner ihr habt das vorhin gesehen so ganz ganz klein wenig ist es kleiner als das macbook pro quatsch das macbook air sorry in der 13 zoll variante also auch da das gefällt mir eigentlich ganz gut dass man da noch so ein bisschen platz spart ist mein neues everyday notebook auf dem ich alle meine berichte machen werde in zukunft und auch video schneiden und so weiter ja das war mal so ein kurzer hands-on damit ihr euch vorstellen könnt was es ist wie gesagt für mich momentan das allerbeste apple mac apple notebook einfach weil ich portabilität sehr schätze aber natürlich nie genug speed kriegen kann und dann wie gesagt natürlich das display ein retina display man muss es gesehen haben ich denke mal in dem video hier das kommt nicht so unbedingt wahnsinnig toll raus dass das so ein klasse display ist aber ich kann es euch sagen wenn ihr einmal damit gearbeitet habt dann wird es euch schwer fallen wieder zurück zu gehen das war schon beim iphone 4 so damals als das rauskam beim ipad ist es ähnlich aber hier vor allem ist es wirklich extrem jedes mal wenn ich wieder ein anderes einen anderen mac starte oder eben jetzt dieses macbook air das ich da noch hab dann kommt mir das ganze doch recht pixelig vor aber man muss auch sagen man zahlt gute 500 euro aufpreis für dieses display also das ist bei weitem die teuerste komponente hier drin das muss es einem wert sein sonst gibt es ja noch andere apple notebooks die man wählen kann das war jean claude frick für eifrig.ch besten dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss